Hallo, heute beschäftigen wir uns mit den vier Grundbegriffen der Prozentrechnung. Das ist zum einen der Begriff Prozent. Hier ist das Prozentzeichen, das sieht so aus. Und die Gebärde geht folgendermaßen. Der zweite Begriff ist der Grundwert. Abgekürzt GW, das große G für Grund und das kleine W für Wert. Oder einfach nur ein großes G. Ich gebärde den Grund so und den Wert so. Grund einfach, weil das alles ist. Das ist das Gesamte. Die Markierung ist rot. Der dritte Begriff ist der Prozentsatz. P Prozent. Ein kleines p und das Prozentzeichen dahinter. Oder nur ein kleines p. Ich gebärde Prozentsatz folgendermaßen. Nämlich die linke Hand für den Grundwert und etwas, was rausgezogen wird. Der vierte Begriff ist der Prozentwert. Pw für Prozentwert oder ein kleines p. Und diesen Prozentwert gebärde ich so und markiere ihn blau im Folgenden. Das sind diese vier Grundbegriffe, die ihr unbedingt wissen müsst, wenn ihr in die Prozentrechnung eintaucht. Schauen wir mal, was sind Prozent? Das Prozentzeichen, habe ich ja schon gesagt, das wird folgendermaßen geschrieben, nämlich so. Und folgendermaßen gebärdet. Und was bedeutet das jetzt? Prozent kommt aus dem Italienischen und bedeutet übersetzt pro 100. Auf der linken Seite seht ihr ein Quadrat. Dieses Quadrat wurde in 100 gleich große Mini-Quadrate eingeteilt. Hier seht ihr das Quadrat. Das sind 10 mal 10 Mini-Quadrate, also 100 Mini-Quadrate insgesamt. Und ein Quadrat wurde davon dunkler gefärbt, nämlich das hier. Und das ist von 100 ein Prozent. Ein Quadrat ist also praktisch ein Prozent von 100. Eines von 100 ist entweder ein Hundertstel oder 0,01 oder eben ein Prozent. Ein Hundertstel oder 0,01 oder ein Prozent bedeutet eigentlich genau dasselbe. Es ist bloß jeweils eine andere Schreibweise. Einmal die Bruchschreibweise, ein Hundertstel. Einmal als Dezimalzahl, 0,01. Oder eben als Prozentzahl, nämlich ein Prozent. Hier seht ihr ein Diagramm. Und dieses Diagramm zeigt das Ergebnis einer Umfrage. 25 Prozent der Befragten haben mit Nein abgestimmt, hier. Und 75 mit Ja. Und insgesamt ergibt das 100 Prozent. Prozente geben ein Verhältnis an. Von beiden Kreisen, die ihr auf der linken Seite seht, sind 50 Prozent, also die Hälfte, gefärbt. Hier die blaue Hälfte des kleinen Kreises, das sind 50 Prozent vom kleinen Kreis. Und hier die grüne Hälfte des großen Kreises, auch 50 Prozent. Trotzdem ist die grüne Fläche viel größer, weil der ganze Kreis auch viel größer ist. Oft werden Angaben in Prozent verwendet, um Mengenangaben oder Größenangaben besser vergleichen zu können. Soweit zu der Erklärung, was Prozent sind. Und jetzt kommen wir zu den drei Grundbegriffen der Prozentrechnung. Das sind ganz wichtige Begriffe, die ihr euch auf jeden Fall einprägen solltet. Da haben wir zuerst mal den Grundwert mit der Abkürzung GW für Grundwert oder G auch für Grundwert. Und die Gebärde geht so. Grundwert. Und Grund bedeutet alles, das Ganze. Und das ist die Gebärde für Wert. Hier seht ihr einen gelben Kreis, der den Grundwert darstellt. Der gelbe Kreis ist praktisch alles. Und es geht um einen Wert. Der Grundwert hat in der Regel 100 Prozent, aber es geht nicht um die 100 Prozent, sondern um den Wert, den diese 100 Prozent haben. So, die Frage ist, was ist ein Wert oder ein Grundwert? Der Grundwert bedeutet, es geht um den Wert, die genaue Anzahl. Zum Beispiel, wie viel Stück, wie viele Personen, wie viel Euro, Meter, Kilogramm, Liter, Minuten insgesamt gegeben sind. Das ist der Wert. Wert ist Stück, Personen, Euro, Meter, Kilogramm und verschiedenste Einheiten. Das ist der Wert. Der zweite Begriff ist der Prozentsatz, abgekürzt kleines p-Prozent. Und hier ist die Gebärde. So wird Prozentsatz gebärdet. Hier, diese linke Hand symbolisiert den Grundwert, also diesen Grundwert. Und von diesem Grundwert wird ein bestimmter Prozentsatz herausgenommen. Also ein bestimmter prozentualer Anteil wird von diesem Grundwert herausgenommen. Die Farbgebung ist grün. Hier seht ihr nochmal den Prozentsatz symbolisiert. Der Prozentsatz ist praktisch dieser Teil von dem Kreis, dieser grün markierte Teil von dem Kreis. Und da ist die Frage, wie viel Prozent sind das von dem gesamten Kreis? Das ist der Prozentsatz, also der prozentuale Anteil. Prozentsatz bedeutet, wie groß ist der Anteil in Prozent? Die dritte Größe ist der Prozentwert. Die Abkürzung ist pw oder kleines p. Es geht wieder um den Wert. Die Gebärde ist Prozent und wieder die Gebärde Wert. Und der Prozentwert und der Prozentsatz, die hängen eng miteinander zusammen. Der Prozentwert ist nämlich der Wert von diesem Anteil, der im Prozentsatz ausgedrückt ist. Ihr seht, das ist der gleiche Wert, das ist die gleiche Größe, nur nicht in Prozent, sondern Prozentwert bedeutet die genaue Anzahl, zum Beispiel wie viel Stück, wie viele Personen, Euro, Meter, Kilogramm, Liter, Minuten des Anteils, also dieses Anteils. Hier ist der Anteil in Prozent und hier ist der Wert des Anteils. Bei dem Prozentsatz brauche ich das Prozentzeichen und bei dem Wert brauche ich Stück, Minuten oder sowas. Genauso wie beim Grundwert. Der Grundwert ist fast immer 100 Prozent. Nehmen wir mal ein Beispiel. 100 Prozent sind 80 Euro. Das ist alles. Das ist die gesamte Menge. Dann dieser Anteil in Prozent. Das ist ein Viertel. Das sind 25 Prozent. Das ist der Anteil in Prozent ausgedrückt von dem Ganzen. Und ihr seht, ich kann diesen Kreis in vier Viertel aufteilen und das ist eben ein Viertel, also 25 Prozent. Und wie groß ist jetzt der Wert von diesen 25 Prozent? Der wäre 80 geteilt durch vier, also 20 Euro. Das ist praktisch der Prozentwert von diesem Grundwert 80 Euro. Kommen wir zu einem Beispiel. Gustav besitzt eine große Schafherde, mit der er häufig unterwegs ist. In seiner Herde gibt es sechs schwarze Schafe. Das sind drei Prozent von seiner Gesamtherde von 200 Schafen. Die 200 Schafe, hier steht schon die Gesamtherde, diese 200 Schafe sind der Grundwert. Den markiere ich rot. Also der Grundwert sind 200 Schafe. Und es gibt sechs schwarze Schafe, das sind drei Prozent von dieser Gesamtherde. Die sechs schwarzen Schafe, das ist auch ein Wert, also der Prozentwert, der Anteil, der genaue Anteil in Zahlen. Sechs schwarze Schafe. Und das sind drei Prozent, das ist der Prozentsatz, drei Prozent. Und diese drei Prozent sind sechs schwarze Schafe oder beziehungsweise die sechs schwarzen Schafe sind drei Prozent. Und diese drei Prozent, das sind eben drei Prozent von der Gesamtherde. Und diese Gesamtherde sind 200 Schafe in genauen Zahlen, also der Wert, der Grundwert. Aber es sind auch 100 Prozent. Also von den 100 Prozent Gesamtherde sind drei Prozent der Schafe schwarz. So, ich hoffe, ihr habt die Unterschiede zwischen diesen Begriffen verstanden. Und in dem nächsten Video machen wir noch ein paar Beispielaufgaben zusammen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss.